Das muss man schon sagen, dass der 3D-Sound nicht neu erfunden hat. Aber der P-Sound hat sich dafür erfunden, wenn Gold umfällt. Da kommt einer. Warna oder BD? Warna, die Smoken. Gut, von Kevlar. Beide. Warna ist hinten, hinter der großen Tüte. Oh, es ist Sarah. Der Cat schmutz. Der Cat schmutz. Irgendwie ist mir dann die Distance zu groß. Der Nova. Der Autoschotty. Und der Deagl. Sie haben beide Deagl geklärt. Ich habe mich gerade ein bisschen erschreckt. Gib, 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 gib. Danke. Ich bin doch einfach zu bescheuert, ey. Ich bin blöd geworden, zum Nadeswerfen. Ich bin blöd geworden. Ich bin blöd, zum Nadeswerfen. Ich bin blöd, zum Nadeswerfen. Wieder zurück gegangen. Ich bin blöd. Ich hörte was wie mit einem Flaschengeist. Gell ich auch noch. Ja, ja. Ha, hinter dir! Wie ist der... Also... Der ist ja genau den mitrufen, während ich und Ruf... Wie ist der jetzt so schnell ohne Steps zu machen, dahinter gekommen? Ja, der wird halt die dort und dann wird der Instant-Dösen-Tank noch... Push, push, push. Komm mit, mitte. Komm mal mit, mitte. Fire in the hole. Fuck! Aua. Wann gibt es da so'n... Grenade out. Komm. Ja. Throwing smoke. Komm, du läppert. Ah, komm. Ich bin eigentlich komplett verwirrt. Wenn du auf der Nade länger da oben bliebst, kriegst du jetzt mal da eine AC-160-Verstärkung. Was? Ich nehme mal einen Nade in die Hand. Und den du mal länger auf Werfen heben. Ah ja, da kriegst du ein Visier. AC 100 rechts, um deine Lineups treffen. Du hast noch einmal einen Mark hittet. Er hat da keine Akutmitte. Ah, komm. Kannst du jetzt nicht vor Ort... Fertig machen, was ist denn was mit dir? Können wir mal... Sag dir jetzt mal, wem er richtig mit ist. Ja, das passt. Ich komm mit. Passieren wir jetzt. Ein gutes Flashbang, was ich auch gemacht habe. Ich bin so blind. Und... Ja, fall doch... Brumm, brumm, brumm... Oder wieder was. Abramburu. Armanagui. Wir müssen wieder normal spielen. Ja, okay. Let's go, let's go, let's go! Dash Mitte. Ah, beide Mitte. Ich komm. Oh, nass. Oh, nass. Oh, nass. I like this! Die hat mir mehr Glück gebracht. Hau mal, fahr mal, bitte. Nein, fahr mal, sie kriegst du ande. Okay. Scheiße, ich hab da grad technischen Team geholt, dieses Jahr. Komm, ich bin doch echt so... Geh mal abgestürzt. Ich bin doch echt so deppertät zum... Weide von da. Wir sind schon voll am Tisch. Weide von contain... Bomb has been planted. Nice. apro muchTV. kill der wortwörtlich der Bieste Der Bieste Ja, das ist jetzt nicht so geil Aber man weiss ja nicht was kommt Aber ich weiss was jetzt kommt Ja, wir rennen jetzt die Stiergruppe und holen uns jeweils eine Kugel ab Ja, hey Der Bieste ist doch nicht so Tschüss, oh ha Nur noch 55, glaube ich Ah, der ist links Ah, der kommt ja noch Dual Beretti Was hast du jetzt gesagt? Gambaretti? Na mit der Dual Beretti Also Dual Beretti Gambaretti Verstanden Der kommt jetzt hier wieder die gute Double-Nabe-Technik Nein Er steht jetzt Fützle Lake da oben Und den burn ich jetzt weg schon Pass auf So Andere Mal Schau mal kurz So Guter Mal ich sie Boah, zu blind Boah, zu blind Ah, der hat nichts mehr Der ist hinter der Box, glaube Wem? Ah, guck mal Ich bin doch so beschissen Mann, ey Ich weiß nicht welche das war Ah, dem habe ich nur 16 Geld Ja Ich weiß nicht welche das war Aber wir müssen die 94 94 94 in eins. Wir müssen wieder mehr der Mitte schaffen. Nein, ich habe gerade die Mitte gemacht. Sie haben es offen lassen. Aber es ist nicht so, dass ich nicht erwartet worden bin. Es ist schon ein Haar neben dir. Wir müssen wieder die Stierge ab. Nein, der steht rechts und piekt über das Ding drüber. Über die Box. Ja, in diesem Moment kommt er raus. Lang und links. War schon woher gestanden ist. Tschüssi! Wir brauchen eine Taktik. 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 Ja, die hat das. Wir brauchen einen Biss. Wir brauchen eine Taktik. Das ist auf der Seite. Ah, nein, ich bin mir gegangen. Wenn du dich peakst, dann hau ich mir für dich eine Flashbang. Jetzt ist er close, jetzt ist er hinter dem Holzbrett, ich hab ihn herrennen gehört noch. Ja, warte. Nein, warte, warte bitte, warte bitte. Er brennt jetzt. Ja, hörst du ihn? Hast du gehört, wie er brennt hat? Er hat richtig gezischt. Der andere muss los sein, der ist drei Sekunden lang im Börn drin gestanden. Das war nicht der, der andere muss los sein. Ja. Ja, der ist nach hinten weggerannt. Ja, das passt schon. Wir haben gut aufgehalten, die Kills bären als andere rum. Ich denke, gute Nades werfen ihn gerade schon. Hast du noch nicht, wer von uns die Bombe mitmacht hat? Ich hab sie bis jetzt jede Runde gehört, glaube ich. Ah, ich hab's mir nicht gedacht, er pusht. Ah, fack. Ah, fack. Das war schlecht für mich. Alles gut. Ich hab's auch vergreicht. Letzte Runde gekauft, was gar kein Pistel. Alles. Jetzt ist die Zeit. Schön. Warte, warte ein bisschen auf mich. Ah, hab ihn. Ah, genau in dem Moment, er hat der Smokewaffe noch draussen gepusht. Ich habe noch ca. 6 Matches, dann habe ich sogar schon die Hälfte von meinem Weekly Level hier. Ich hab die Hälfte ausgestattet. All das noch geiles Ausatmacht bin,稍DY Mal. Ich hab die Hälfte ausgedeunt. بال Demonst Jadiit. Ich hatte 4afuggle also Winters für sich bei тебе,